Inzwischen ist Davina Geiss erwachsen und macht eigenständig Karriere. Dabei hält sie ihre Fans auf Instagram auf dem Laufenden und präsentiert dort auch den ein oder anderen heißen Schnappschuss. Hier posiert die Geissens-Tochter nur in einer beigen Corsage. Das Oberteil ohne Träger betont besonders die Wahnsinnsfigur von Davina. Dazu kombiniert sie eine dekadente Kreuzkette, eine offene Frisur und dezentes Make-up. Davina Geiss könnte bei diesen Aufnahmen gut und gerne als Model durchgehen. Allerdings hat die Tochter von Carmen Geiss keine Lust, diesen Karriereweg einzuschlagen, wie sie schon Promipool verriet. Nee, also für mich war es nie wirklich eine Frage, Model zu werden. Das war immer so ein Thema für Shania. Ich finde das ein bisschen zu viel, wenn man sieht, was die ganzen Models machen müssen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.